Schaut mal bitte ganz kurz, ganz kurz, okay? Mal ganz kurz, okay? Achtung, Chat. Achtung, wer ist da, Chat? Wer ist da? Guckt mal, seht ihr das? Digger, und wisst ihr, wo er wohnt? Gar nicht weit weg von mir. Direkt in meiner Nähe. Paluten in Craft Attack. Holy shit, man. This is crazy. Also, ich bin super, super froh, dass er am Start ist. No joke. Vor allen Dingen, weil ich jetzt Hugo das unter die Nase reiben kann, dass er gestern gebannt worden ist. Und Paluten jetzt hier Teil des Ganzes. Das ist ja so übergeil. Das ist richtig gut. Hallo, Rebi. Rebi, bist du's? Ja. Hä, warum bist du so verwundert? Ich hab's erst nicht erkannt an der Stimme. Yo, okay, Digga. Du klingst so zärtlich, weißt du? Ja, okay. Hallo, wie geht's? Alles gut? Ja, und selbst? Ja. Wie geht's den Kindern? Kein Kontakt mehr, ne? Dauer ein sensibles Thema. Habe ich schon mal gesagt, dass wir im Stream drüber sprechen. Genau, ja. Ich darf doch gar nicht mehr so reden. Da ist so eine Sache noch, genau. Hugo, wieso darfst du wieder mitspielen? Du bist ja noch gebannt. Ich bin entbannt. Warum? Hä, das geht doch meistens 24 Stunden. Das ist noch keine 24 Stunden her. Ja, doch. 24 Stunden, das ist her. Doch. Zeitverschiebung, Madeira. Digga, willst du nicht gebannt bleiben, oder was? Nein. Also. Ich kann gerne nochmal machen. Hab ich gerne mal gesehen. Na, okay. Okay, wenn du dich traust, Bro. Nein, nein, nein. Das sind immer die Besten. So sagen und dann nicht machen. Trau ich echt nicht jetzt niemanden. Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Okay. Würdest du dich trauen, Edgar zu töten? Hat er schon Edgar? Klar, Digga. Wir haben dir heute Morgen schon ein Fit gemacht. Aber das würde sich nicht mal Hugo trauen. Petret hätte das gemacht. Nee, das mach ich auch nicht, Digga. Ich hab von dir mitbekommen, dass du Hate is Krauts bekommen hast. Das war mein meistens gelikedes Video. Das muss man sich mal vorstellen, Alter, weil ich in Minecraft ein Schwein getötet hab. Wo sind denn die ganzen Leute, mit denen du früher was gemacht hast, die heute nicht mehr erfolgreich sind? Wer zum Beispiel jetzt? Sag's nicht, Stiggy. Sag's nicht. Mach es nicht. Tu es nicht. Lass das. Sag den Namen. Sag den Namen. Sag es nicht. Ich kann es nicht tun, Mann. Schreib es. Sag es. Nein, wir denken alle an die gleichen Person. Rotpilz? Unter anderem. Red weiter, red weiter. Ähm, Rotpilz. Du hast die Pfeil lassen, weißt du? Nee, die haben halt aufgehört, Content hochzuladen, da kann ich ja nichts für. Nein. Doch, doch, du bist allein schuld. Commander Krieger? Wo, was, wieso hilfst du Commander Krieger nicht? Ich hab damit Commander Krieger gar nichts zu tun. Ja, und eben. Und Pink Panther schon, also. Mach mit dem Tauchurlaub. Mit Pink Panther? Ihr habt Minecraft Galaxy zusammengespielt. Commander Krieger und ich? Ja, eben habt ihr. Commander Krieger war in Minecraft Galaxy? Ja, aber was? Nein, 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 jetzt, jetzt ist es doch. Auf dem Berg hat er oben gebaut, doch. Digga, Basti, Mann, du warst früher Viewer einfach. Ey, kann jemand, wenn, wenn jemand gerade Zeit hat, vielleicht ein Shopping-Stück, komm, ich brauche Hilfe. Okay, ich komm, ich, ich, ich klau mir bei dir Cleanstone dafür, okay? Ja, okay. Okay, ich komm. So Design-Hilfe. Ja, da bin ich ja, da bin ich ja Top-Mann für, oder Basti? Oh, da bin ich auch tatsächlich eine gute Ansprechpartnerin, Heiko, wenn du Hilfe brauchst. Was? Bisschen Nether-Bricks mal mit ein bisschen Prismarinen mischen. So, Basti, und du bist jetzt ruhig. Basti, lässt du so mit dir reden? Merle, Merle, sagt Basti, dass er ruhig sein soll? Ja. Ja. Digga, Basti, sie will dich anfechten. Bambus, Merle, Bambus. Ich habe jetzt auch einen TikTok gesehen von Craft Attack, aber da war so, was hat Merle denn da gesagt? Und dann kommt so meine Möwe so, der Bro hat einfach Merle und Lieber wechseln. Oh, true, das habe ich auch gesehen. Ey, das habe ich auch gesehen. Ey, das habe ich nicht gesehen. Oh, ja, die Kommentare. Ich habe das eigentlich immer nur was. Garstcrafter, was denn? Dein Shop, wie sieht denn der aus? Das Buch? Nee. Sondern? Ja. Kennst du, was das ist? Das ist ein Working Table. Nein, 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 hier, gegenüber, gegenüber. Gegenüber? Das ist ein altes Schiff oder ein Steg? Ich muss Gläse Terrakotta platzieren. Oh, soll ich dir helfen, Freunde? Eine Schiffsruine, oder? Nein, bitte nicht. Ein Schiff? Eine Zigarre? Was ist das? Wüsstest du es direkt aus dem FF, wie es noch ging? Nein. Bisschen cool, Heiko. Ein kurzer Baumstamm soll das sein. Ich würde ein Schild dann hinbekommen, aber ich wüsste nicht, wie es aussieht dann. Mega. Mega geil. Oh, du hast es als Schiff erkannt. Yo, krass. Voll gut. Ey, ist doch ehrlich voll schön. Nein, ist wirklich geil. Aber du müsstest halt noch so... So Pilze und so richtig. Ja, so Pilze dran wachsen lassen und sowas. Genau, genau. Da wachsen auch schon Pilze. Das sind Pilze. Ey, Hugo hat mich so ekelhaft geradet. Der hat so meinen Link in den Chat gepostet, aber nicht richtigen Raid gegönnt. Warum? Digga, weil er Augemacher ist. Er ist Augemacher 2000, Alter. Also ich würde auch so, genau, baue noch so Pilze dran, die so rausstehen, so. So Fliegenpilz-mäßig. Und dann, äh... Check, check, okay. Ja, doch, doch, doch. Also... Ja, ich glaube, ich glaube, das... Und vielleicht so ein paar Äste einfach noch, so, weißt du? Mhm. So ein paar Äste, die so abstehen, mäßig, aus Zäunen und so. Checkst du? Ja, okay. Oh, Hugo, danke für den Raid. Kuss, 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 kuss. Dankeschön, Hugo. Danke. Jetzt Hugo, danke für den Raid. Danke, danke, danke. Carsten, ich gehe mir bei dir dann so ganz viel Cleanstone holen, ja? Ja, mach. Aber wenn du die Farben benutzt, dann mach dir bitte wieder aus. Nee, ich habe keinen. Nein, ich würde einfach bei dir klauen aus den Kisten, ja? Ja. Super, genau. Komm mit, wir klauen gemeinsam. Klauen, klauen, alles wegnehmen. Alles klauen, alles sprengen. Bist du Opium, Basti, GHG? Oder was ist dein Skin? Basti ist Opium. Bro, er hat ein paar Probleme aktuell. Nee, ich bin Basti, GHG, ähm, auf 3 Chemie. Nee, ich habe so... Gestern hat Basti mich halt getötet. Das war mein allererster Tod. Ist das eigentlich immer ein FIFA-Spruch, den du bringst mit 3 Chemie, oder checkst du das nicht? Ja, ja. Achso. Den traf doch keiner. Doch, halt die richtigen. Ja, ja. Und er hat mich halt getötet, und dann wollte ich halt einen neuen Skin, so irgendwie. Und dann saßen wir bis 3 Uhr morgens in seinem Loch. Ja, juckt mich nicht. Ey, so, Revi, pass mal auf. Oh mein Gott, ich habe einen Repeater gebaut. Revi Bambus. Ja, Revi Bambus, ich schwöre. Ernst Bambus. Revi Bambus. For real for your Bambus. Ja, ja, du bringst das Bambus. Vermeer, Revi. Was ist Bambus? Eine Lektion. Basti, warum sagst du das so angeregt? Du hast es so angeregt gesagt. Das ist eine Lektion. So wie Professor Snape, so, weißt du? Dem so nachsitzen ein bisschen, er fühlt das ein bisschen zu sehr, weißt du? Basti, warum bist du das letzte Mal Bambus gegangen? Ich gehe nie Bambus. For real for real, don't go for real? Ja, nie Bambus. I know way for real for real. So, und live zugeschaltet aus Köln ist Kevin Teller. Yo, herzlich willkommen, schönen guten Tag. Ne, das müssen wir, das ist schon die Scheiße. Ne, 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 ne. Was soll ich sagen? Du bist ja nicht der Host, du bist ja jetzt nicht auf einmal, es geht hier. Du kannst ja nicht willkommen sagen. Ja, was soll ich sonst sagen? Also sag, 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 du musst mich ein bisschen mehr announcen, so. Ich habe jetzt, ich habe den jetzt quasi, der wird jetzt sowas sagen wie, und der Ja, ja, okay, ich weiß, ich weiß ganz genau wie, ich weiß ganz genau wie. Ich bekomme gerade aufs Ohr, wir bekommen gerade in die Live-Schalte aus Köln derjenige, der das Ganze erst möglich gemacht hat, einen Zuschauer zum Millionär geschaffen. Kevin Teller aus Köln! Kevin, du bist jetzt live, aufgeschlagen. Kevin, du bist jetzt live von dir, sag was, Kevin. Er muss üben, er muss üben. Hallo, herzlich willkommen, freut mich sehr, hier zu sein, schönen guten Tag. Und das ist wieder gesagt. Wir haben dich abgeschalten, war scheiße. Wieder herzlich willkommen. Sag doch nicht herzlich willkommen. Was soll ich sagen? Ja, hallo, hier ist Joko Winterscheiß. Hallo, schönen Tag. Einfach lässig, einfach lässig. Hallo, Karls Ralf, war Umlauf-Videe. Mach mal deine Fresse. Das ist Rewi, das ist Rewi. Alles Rass, oder Rewi? Hier ist Joko Winterscheiß. Ich war schon für Umlauf. Ihr müsst euch vorstellen, alles, was ich gerade sage, hört diese Technik mehr. Ich bin gerade noch im Skype-Call mit denen. Ähm, mein Sohn, jetzt halt deine Videos. Das ist ja für sie heute auch ein unfassbar besonderer Moment. Und dann die Konkurren reingepackt einfach. Und was das passiert, hätte ich natürlich nicht damit gerechnet. Aber sie selber, also du selber, Kevin, nicht an der Million interessiert? Das, also das ist ja super spendabel. Ähm... Wir haben schon fünf. Tatsächlich habe ich schon genug. Okay, man, zu dem Fernsehen, Junge. Hier kommt noch eine Frage aus der Redaktion rein. Haben Sie den Auftritt von Rewi bei der WOK-WM gesehen? Nein, das hat tatsächlich auch genau wie letztes Mal geguckt. Okay. Ja, gut. Was hast du da gemacht? Hast du gewonnen? Ähm, nein, ich bin siebter geworden von zehn. Aber nicht schlecht. Nein, nicht schlecht. Ja, ist okay. Ja, ja, ja. Digga, Exel hat gerade den Check geschrieben, so Leute, ich verabschiede mich. Ich gehe mit meinem besten vollen Uwe, jetzt League of Legends spielen. Higa, Higa. Die werden die ganze Zeit gezeigt. Und die klatschen immer so richtig aggressiv, Digga. Kevin, joinst du gleich noch oder nicht? Äh, wohin? Max Pro, Fortnite, FNCS. Ich glaube, das geht noch irgendwie eine Stunde 30 oder so. Digga, das ist so traurig, dass du nicht mehr weißt, wo du herkommst. Oh, ich bin jetzt im Fernsehen. Ja, Digga, zieh noch deinen Merch an und so. Verkauf deine Kondome. Wo warst du am Wochenende? Ja, du hast auch gesagt. Ja, das ist true, hä? Yo, Digga, okay. What the fuck? Okay, actually true. Actually cringe. Okay, actually true. Yeah, okay.